reinkommen. Jetzt kommt er zurück. Nein, er geht vor, bleibt nach vorne. Ich markiere dir einmal alle. Jetzt versuch. Ja, alle markiert. Außer Blackbeard, der das Fenster bewacht. Der ist nicht markiert. Scheiße, immer sonst viele Leute. Ja, herzlich willkommen zurück bei Rainbow Six Siege mit dem neuen Zarathalit. Jetzt auf Instagram, outnow und mit dem Tino, mit dem Dalu, mit dem Kundran und mit dem Dalu. Hi. Hallo. Ich bin froh, bald eine Woche Urlaub zu haben. Ja, ich bin auch froh. Du hast noch was vergessen. Deine Eier im Wandschrank hast du noch vergessen. Die hängen beim Sachsen vorne am Autospiegel. Kennst du das, wo man die Würfel hängt? Manche haben da Würfel hängen, rendiert war da, ja. Und wie ist das Lied, so ist es jetzt toll, wenn Hippie und Fresh? Bist du doch blöd? Ich wollte es einfach noch mal hören. Jetzt halt die Klappe und laber jemand anderes. Ja, hat sich toll angehört. Alle, alle, alle. S5, du Spacke. Weißt du, was ist noch nicht das aktuellste Apple-Produkt? Wir müssen den Bio-Gefahr-Rotbehälter schicken. Bei Nixack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack. Und dadurch sagte er, ja, hat er. Und ich war da sehr verwundert, weil ich bei mir in beiden Wohnungen eine Multimedia-Dose einbauen musste und meine ja komplett neu gemacht wurde. Und er hat extra nachgeguckt und sagt, ja, ich habe mega Glück gehabt, ja, habe ich. Und jetzt kommt er gerade nach Hause, weil er war ja auch im Urlaub. Und, äh, ja, ist ein Brief drin, ja, sie haben keine Multimedia-Steck-Dose. Schön. Ja, krass. Schön, schön, schön. Dann, es liegt mal einmal Westen drin noch. Immer. Ja, die rennt hin. Ich seh's. Ja? Ja, jetzt traut er sich die aufzuheben. Ich habe Westen! Ja, ja. Sack, sie ist ja der Penner! Ne, ne. Hennert. ein ganz präpariert nicht in den explosionsradius kommen über uns glaube ich haben hier oben die blue glove gemacht und hier die wand warum die nicht zu ist ja weil wir so viel verstärkbare wände gar nicht haben in den fahrer so viel stahl gibt es gar nicht hier ist jetzt das fenster öffnen klar wir sind hier es kann ja nicht sein warum haben wir eigentlich nicht eine kamera draußen wir kassieren gerade eine ganze menge wir sind besser draußen ist jetzt nicht so wichtig ist das irgendwo gegner außen am fenster hier herrscht und hier ist hier ist der Genau da. Er ist markiert Wo ist denn der andere? Ich seh die Markierung nicht Der lag verletzt Ja nein, den den ich verletzt habe ich gesehen Ja und da ist der andere gerade die Treppen hoch Ja und wo soll ich das riechen? Das war die ganze, das hab selbst ich gesehen Nein, bei Dalu war der nicht markiert Doch, hast du gesehen, dass das Schild von uns nach oben ging Genau, ich hab auch mit den Verletzten gesehen Ja und von unten kam dann die Ene hoch Ja, die hab ich gesehen, deswegen hab ich auch Prefire Was regst dich aus, sagst du? Bei mir steht Null Tore Ja der regt, ja der regt, was ist denn bei dir? Bei dir steht Null Tore Der macht jeden an, macht der Ja, macht der Stress Ja, weiß ich auch nicht was los ist Hol dir meinen runter ey, dass du wieder runterkommst Geht nicht ohne Eier, wa? Geht nicht ohne Eier, wa? Am besten schau mal die Latzhose mitnehmen da Oh ja, wenn die Latzhose mitnehmen Oh ja, wenn die Latzhose mitnehmen Ich witzig Don't, dafür spottest nicht Könnt ihr machen Ich verspott dich dafür Ja, du verspottest mich nur noch ETA, ne, da hätten wir nen Highlight rausschneiden können ohne Witz Also, alles seht hinter dem Ganz oben in diesen, in diesen einen Raum Ja, das kannst du sehen Wir müssen sehen, die beiden Offen zu lange zu machen Lock crazy, das machen wir jetzt hier Haben wir ne Ash dabei? Gut Manus, bitte mal irgendwas da aufmachen Danke Wir sind doch in den Drohnen, ehrlich Ja, ich weiß, machen wir Mach nix auf, ich wär nur, ich wär nur gedisst Manus, mit Leertaste gehst du da hoch hm Ah ability Stell dir sie auf, oder nicht Warte 9 Nein, nein Ja, warte, nie Du bist auf der anderen Seite außerdem Ja, ein Fenster auf So leichter Hans Fremd Alles Alles Da-ra-ra-ra-ra-ra Haben wir Törner ein. Wir haben hier Feuerwerk, wir haben hier einen Einsatz. Hinter uns? Ja. Redet ja böhmisch. Kundrad ist down, Leute. Hinter euch. Ja, hinten. Da, wo ich hin schieße in die Richtung. Wir haben mal ne kurze Frage. Weiß jemand, ob diese Map original nachgefunden ist? Hip, Kundrad aufgeschneckt. Definier mal kurze Frage. Es waren zwölf Worte. Ja, also ist die wirklich nachgebaut oder nicht? Wie willst du von den Favelas was nachbauen? Wenn einer mit den Bauplänen nachkommt, wird der erschossen und ausgeraubt. Das Graben. Inno'm Shit. Als Beispiel die MW2 Map von Favela. Warte! Die Favela hast du nicht mal auf Google Maps. Die müsste weg sein. C4 von den alten auch. Bang! MW2 Map von Favelas. Das war's in den Gegenüberliebens im Haus. Das war's nicht in den Gegenüberliebens im Haus. Frost! Das ist Dings! Treppenhaus! Feindliche Aktivitäten. Betronung Neutralisierung. sagst du warum denn ja ist nun mal ausgelöst dass die da das hält die aus dem treppenhaus hoch zurück komm mit neu treppenhaus bis down nur noch treppen haus oh das wird ein teabag also die runde ist vorbei das wird der größte disrespect ever ich bin gespannt was er vorbereitet er hat es aber wie kann man das verlieren wer lag in der bärenfalle ich frage mich warum er nicht schießen kann noch ja das verstehe ich auch nicht wer lag in der bären kann es ja auch nicht wenn du so verletzt ist ihr lauf da alle rein ich dachte mir okay wenn da irgendwas liegt hätte das einer von euch sehen müssen hätte es zerstört dachte ich mir okay dann kann ich da auch reingehen wir hatten ja gute waffe kapkane wie ist die waffe von kapkane ja da die 12 jahre die ist scheiße die andere geht eigentlich die shotgun von denen ist kacke und wenn wir einmal aus dem raum raus sind kommen wir nie wieder rein ja aber trotzdem gerade die beiden die du jetzt zugemacht hättest hätte ich offen gelassen damit wir vom anderen haus rein schießen kannst ja dann so aber wenn ich die andere weil er ist zu spät ja und aber es ändert doch nichts wenn wir einmal aus dem raum raus gehen und da müssen die nur noch die treppe sichern wir können ja nichts retaken also es müssen jetzt drei leute mindestens in dem raum bleiben ansonsten kommen wir alle wieder aus das machen was für eine luke ja eine wand ist noch offen beim sind noch der gut fahren wenn du in dieser zone bleibst wirst du von feinden entdeckt sein standort ist und tschüss boah war da knapp doch wir sind nur zwei westen und wir sind noch zu viertem raum äh ich hatte noch eine ich brauche nur eine bei mir war eines gelohnt direkt vor der tür mannus mannus warte hä wo denn wo denn voll läuft er hängt hinter dem äh ding in schacht äh neben Dalu bist du noch am leben? bist du noch drüben? ich bin noch am leben über dir ist einer ja kommen die nicht hin sonst die wissen nicht sagst du vorsicht da kommen welche Sanitator tut das weh oh gott holy molly Vorsicht Rauch das kann doch nicht sein Leute was ist los hier? Arno ist genau sagst du bleib nach unten da kommt gleich ein Schild rein nein bring nix da ist da ist einer noch hinter dem häuschen gerade rechts von dem häuschen Termite das ist gerade anerkannte der sieht dich nicht du kannst so theoretisch dann weiß er trotzdem er weiß ja dass ich da bin er wird da wieder reingucken jetzt kommt er zurück nein er geht vor bleibt nach vorne ich markier dir einmal alle jetzt versuch nicht mehr den behälter zu sichern weitere Gefahrgutbehälter verhindern ja alle markiert außer Blackbeard der das Fenster bewacht der ist nicht markiert scheiß die Leute haben wir ihre versuche den behälter zu sichern eingestellt jetzt noch drin ich bin in den zernot von hinten wenn er näher reingeht wo? ja die Regierung geht er allein da er noch einen ok thanks Ui! Nächstes Mal aber nicht mehr um Early's Call zu hören, ich markiere die mal alle. Ich hab einfach nur gedacht das sind alle, ich hab da in der linken Ecke was gesehen, ich dachte das wäre auch ein Gegner. Da gibt's Zucke da am Ende. Ja sagst du mach das, Killer. Gott sei Dank hat das Ding Furchtschamberg jetzt sehen. Freunde? Hallo? Freunde? Ihr wisst, jetzt können wir's machen, ne? Wir können alles machen, solange du wild bist. Das ist jetzt sehr komisch. Love is in here. Den Standort des Bio-Gefahrgutbehälters finden. Ich hab mich nicht mehr gespawnt, nimm noch den Dach. Dem Earlyens freundet hört ihr auch nur noch Kurvushit. Oha, die Schnauze. Seitdem er was hat? Oh, ich hab's. Die Gags werden wie alt. Ne, nur schlechter. Kann ich da von oben rein? Wer denn für das ist wer? Warum? Lass mir doch einmal die Kamera da. Lass mal wo das meine. Ja, los. Dass ihr ständig hingehen müsst, wo ihr die Scheiße markieren müsst. Oh lol. Als ob die das nicht trotzdem fliegen würden. Nein, nicht immer. Vor allem wenn's markiert ist, siehst du das ja. Ja, für immer. Habt ihr... Geht nochmal in die Kamera rein, seht ihr den Kleinen... Hahahaha. Kleine Jungen da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt geh mal weg hier. Wir haben keinen Zermite, alles klar. Rechts ist auch noch ne Kamera, die müsst ihr auch noch machen. Vielen Dank. Bist du bei dem Fenster hier verantwortlich? Kann schon sein. Ja. Muss man ja da drauf nicht achten. Lass ihn mal runtergefallen. Ja. Das geht jetzt gleich down. Warum? Weil dein Gegner jetzt... Gar nicht. Es war keiner drin. Ich war drin. Kein Gegner. Mach hier auf. Ich kann hier den Job machen. Mh. Immer noch kein Gegner vorreden. Oh. Mein Ding ist gechampt. Au. Ey Leute. Ich hab keinen Zug, wo hier rumgeballert wird ey. Ah. Pass auf Dalu. Der hat Hits. Der hat Hits. Ich liebe die Wache. Und er. So. Ja, irgendwann musste ich mich ja bewegen, wenn du da den Weg blockierst. Wo noch ein Gegner übrig. Rauchgranate draußen. Wir haben eine Splittergranate. Oh lol. Machen los. So. Wäsche stellen das weg. Ah. Feindliche Aktivitäten müssen uns neutralisieren. So. Euer Ernst. Das ist nur noch einer vom eigenen Trupp. Aha. Aus der Tasche gefallen oder was. Aha. Ah, die Schöne runter. Aber das mit den Bolzen war ganz gut. Sagste? Danke. Ja. Ich hab's nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Boah, 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 boah.